Ich bin Sabine Spallig, Surferin und Naturtherapeutin und freue mich, dass du heute hier bist. Ich habe noch keinen genauen Plan, wo diese Episode genau hingeht, was ich heute alles genau mit dir teilen möchte und mir gerade zu erlauben, ich muss es gar nicht wissen, sondern ich nehme dich einfach mit. Ich nehme dich einfach mit in meine Gedanken, in meinen Prozess, was mich die letzten Wochen und Monate beschäftigt hat. Also es ist sozusagen ein kleines Live-Update auf jeden Fall. Ein paar News, was ich in den nächsten paar Tagen, Wochen, Monaten so geplant habe. Und ja, ich nehme dich einfach in meine Gedankenwelt mit und lasse dich daran teilhaben. Was immer, vielleicht hast du da, kannst du ganz viel mitnehmen, vielleicht nur ein, zwei, drei Dinge davon. Und aber ja, freue mich erstmal, dass du wieder eingeschaltet hast und mir deine Zeit schenkst, meine Liebe. Als allererstes, ich weiß nicht, wenn du mir auf Instagram folgst, dann hast du dort vielleicht in der Story vor ein paar Tagen gesehen ein Foto von meiner Abmeldung in Hamburg, von meiner Abmeldung in Deutschland. Also kein Umzug innerhalb von Deutschland, sondern es geht um eine Abmeldung aus Deutschland mit einer, ja, inklusive auch Business abmelden, also alles beides. Und das ist für mich, also jetzt gerade in diesem Zustand, in dem State, in dem ich jetzt gerade bin, in dem Prozess, diese Reise, die ich die letzten Wochen, Monate gemacht habe, die innere, fühlt sich das so unfassbar richtig an und so gut und leicht. Also wie das jetzt auszusprechen und da reinzufühlen, was das bedeutet und wie sich das für mich anfühlt, ist es so viel Leichtigkeit und dass es jetzt der Zeitpunkt ist, diesen Schritten zu tun, nach über sieben Jahren on and off in Deutschland zu sein. Also ich bin schon sehr, 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 sehr lange, also kommt darauf an, wie lange du mir folgst. 2015, da habe ich damals, da bin ich losgezogen, da hatte ich meine Festanstellung damals gekündigt in Hamburg bei dem Verlag, war eineinhalb Jahre Reisen, habe mein ortsunabhängiges Business aufgebaut, See you soon, das Freelancen und ab dann, was war der Beginn von allem? Und ab dem Zeitpunkt, ich habe mich sehr, sehr in Bali verliebt, ich bin immer wieder auf diese Insel der Götter zurückgekehrt und ja, lebe seit über fünf Jahren, wähle ich jedes Jahr aufs neue Bali, um dort das ja über ein halbes Jahr hier zu verbringen. Und es fühlte sich auch ganz halt okay an, dieses in Deutschland sein, das halbe Jahr in meiner Zwei-Zimmer-Küche-Bad in Emsbüttel, die Wohnung, die ich dort seit 15 Jahren habe und immer wieder hier zu sein, also beide, beide in beiden Welten zu leben und beide auch, also da hatte ich, also mittlerweile habe ich ja, wenn du mir auch da länger folgst, weißt du, ich habe Haus und Hund. Mittlerweile auf Bali seit letztem Jahr, also ich habe hier eine andere Art von Festes zu Hause kreiert und vielleicht fühlte ich sich damit auch gerade leichter und richtiger an, diese Wohnung jetzt in Hamburg aufzulösen. Denn das war so mein letzter Punkt, an dem ich ganz, ganz lange festgehalten habe, wo ich habe gesagt, nein, diese Wohnung und dann auch sehr, sehr in mein ganzes System im Mangel gedacht hat und in der Angst. Also es war nicht die Fülle, die da aus mir gesprochen hat, sondern ganze Weile die Angst, dass ich gesagt habe, diese, was mir auch mein Umfeld mir auch immer wieder gesagt hat. Diese Wohnung, weil ich, ne, der ist schon schon 15 Jahre dort wohnen, die ist so toll, die ist so preiswert, die findest du so nie wieder und die darfst du nie aufgeben. Also all diese Worte, die ich aber auch mir selber erzählte, aber ich habe mir selber diese Geschichte erzählt, diese Story erzählt. Und es fühlte sich richtig an, sie weiterhin immer, wenn ich hier auf Bali war, unterzuvermieten und wenn ich halt dann wieder in Deutschland war, dann halt erst wieder einzuziehen. Und ja, letztes Jahr kam der Impuls auf, okay, ich erzähle mir da, glaube ich, eine Geschichte. Also ich bin ready, ich will diese Wohnung auf, ich will gar nicht, also da auch vorsichtig mit den Worten, merke ich, aufgeben, das hat ja immer was von, ne. Sondern ja, ich bin bereit, da loszulassen und zu sagen, ich brauche dich gerade nicht mehr, danke für diese wundervollen Jahre, die ich von dort aus morgens oder wann auch immer, ich hatte eine wundervolle Aussicht, oh Gott, sie redet schon in Vergangenheit, huhu, merke ich gerade, auf den Funkturm gucken durfte und all die Momente, die ich in dieser Wohnung hatte, aber zu sagen so, okay, it's done, I'm ready, dich loszulassen. Und ich habe letztes Jahr mir erzählt, ich möchte dafür in der Wohnung sitzen. Also ich habe gesagt, ich möchte im Wohnzimmer sitzen, also ich werde das nicht aus der Distanz machen. Das habe ich letztes Jahr mehrfach gesagt und betont, wenn ich mit Freunden darüber gesprochen habe. Ich will auf diesem Wohnzimmerfußboden sitzen, ich will meine Hände auf dem Boden haben und reinspüren und wirklich wissen, okay, bin ich wirklich ready? Bin ich wirklich ready, diese Wohnung loszulassen? Und habe gesagt, das will ich nicht aus der Distanz, das kommt für mich nicht in Frage, all diese Dinge habe ich gesagt und auch gefühlt in dem Moment. Und jetzt, einige Monate später, ist es so klar für mich, also dass ich das nicht brauche. Ich brauche nicht in dieser Wohnung zu sitzen, um wirklich zu wissen, ob ich sie aufgeben, also loslassen möchte oder nicht. Und es fühlt sich so leicht und frei an, diese Entscheidung gerade zu treffen und diesen Prozess, also diesen Schritt jetzt gerade zu gehen. Und keine Frage, das sind einige Schritte, die mir hier gerade bevorstehen noch mit Bürokratie in Deutschland, mit allem drum und dran, mit Behörden und Abmelden. Das heißt Krankenkasse, Finanzamt, solche Sachen, eine Wohnung, eine 15 Jahre Wohnung, in der ich gelebt habe, Zwei-Zimmer-Küche-Bad, mit all dem Hab und Gut, die ich dort hatte, über die Distanz ausräumen zu lassen. Und also das wird einiges an Orga kosten, Zeit und Energie die nächsten Monate, aber das möchte ich, das ist der Weg, den ich gehen möchte. Und emotional wird es vielleicht auch nochmal, also für mich, wer weiß, you never know, right? Change oder Veränderung kann ständig passieren. Vielleicht bekomme ich nochmal ganz, ganz doll Angst in diesem Prozess und denke, fuck, was mache ich hier gerade? Aber dann sage ich für mich, dann werde ich einen Weg finden, eine Lösung finden, dann damit umzugehen, wenn sowas wirklich aufkommen sollte. Und in diesem Moment im Now, und das ist das, wo ich jetzt gerade leben möchte und ich den Fokus drauf setzen möchte, ist, ich bin ready, mich abzumelden aus Deutschland. Und nach über sieben Jahren on and off. Ist, ist okay, ist richtig. Also ich darf, ich darf meine Wurzeln, was für mich in Bali ist, noch tiefer auf diese Insel schlagen. Und wer weiß auch, für wie lange Bali auch ist oder Indonesien. Dass ich da im Laufe der Jahre von diesem zu wissen, wo fühle ich mich überall zu Hause, dass ich da mittlerweile so ganz viel freier im Herzen und im Kopf bin, was das angeht. Dass ich weiß, ich kann überall auf der Erde, auf dieser Welt mir ein Zuhause kreieren, weil ich weiß, was meine Werte sind, was mir wichtig ist. Also um einen Ort für mich, dass ich mich zu Hause fühle und geborgen und sicher und sage, ich wähle diesen Ort für mich als Base. Und aktuell, schon wie gesagt, seit vielen, vielen Jahren ist es immer wieder Bali und weiß aber, hey, ich weiß nicht, was kommt. Ich hätte mir, hätte mir jemand vor zehn Jahren gesagt, Biene, du wirst ein Haus auf Bali haben und ortsunabhängig auf Bali leben und arbeiten. Und da hätte ich ihm gesagt, du hast doch eine Macke. Wie soll denn das möglich sein? Ich doch nicht. Ja, deshalb da, wie schön zu sehen, also auch mein Prozess der ganzen letzten Jahre, dieses Loslassen und Möglichkeiten, also offen zu bleiben für Möglichkeiten, für Veränderungen in meinem Leben. Und damit zu spielen und dem Prozess, diese Reise, die manchmal leichter ist und manchmal schwerer ist, zu genießen. Genau. Und emotional, ja genau, was ich meinte, emotional könnte vielleicht noch was kommen. Also auch, klar, ich habe schon mit Herzmenschen in Hamburg geteilt und die Rückmeldung von diesen wundervollen Seelen so, so schön ist. Und auch von anderen Freunden innerhalb von Deutschland, die sich, ja, das Feedback, als sie das gesehen hatten oder als ich es mit ihnen geteilt hatte, so voller Fülle. Und das ist so schön. Da bin ich sehr, sehr dankbar. Aber ich weiß auch, okay, das ist meine Eltern zum Beispiel, die wissen von diesem Prozess zum Beispiel noch nichts. Ich bin da ein Mensch, der macht das eher für sich aus. Und ich mache den Prozess für mich alleine, bevor ich sozusagen dann meinen Eltern davon bricht und sage, das ist der, das ist die Entscheidung, die ich gefällt habe. Und ich weiß noch sehr gut, ich habe es schon mal in einem Podcast geteilt, als ich damals meine Festanstellung gekündigt habe und One Way nach Australien gefahren bin. Dass meine Mutter zum Beispiel damals mit mir über drei Monate fast nicht, also über das, wir haben gesprochen, aber nie über das Thema. Sie war so in der Ablehnung und wollte davon nichts hören und nichts wissen. Und mittlerweile sind sie ganz, ganz, oh Gott, so stolz, wenn sie durch, ich bin ja in Bielefeld geboren und aufgewachsen in so einem kleinen, kleinen, kleinen Stadtteil, sehr dörflich. Und natürlich, dass sie dort, wenn sie mit meinem Vater spazieren geht und die Nachbarn, die Leute, da bin ich halt wirklich, ja, ach, war ich 18 Jahre meines Lebens in diesem Dorf, fragen, nach mir fragen. Und meine Mutter mittlerweile ganz, ganz stolz sagt, dass meine Tochter lebt auf Bali oder ist gerade wieder auf Bali und also, dass die auch eine Zeit brauchte, um das anzunehmen und dass ich auch da meinen Eltern erlaube, okay, es dürfen auch da bei ihnen vielleicht Ängste aufkommen, wenn ich ihnen das erzähle. Vielleicht Verlustängste, ne, so Gott, wir verlieren unsere Tochter jetzt wirklich oder weil ich mich abgemeldet habe oder ich habe von ein paar von meinen Follern auf Instagram, als ich das geteilt hatte, Nachrichten bekommen wie, wow, sieht man dich, kommst du jetzt, sieht man dich nie wieder in Hamburg oder dann, ja, also dieses Endgültige, also zu sagen, dass die Abmeldung endgültig ist. Also als wäre dadurch eine Mauer um Hamburg oder um Deutschland hochgezogen, weil ich diese Entscheidung getroffen habe und dass ich nie wieder zurück könnte oder dürfte. Und das ist ja nicht der Fall. Es ist ja meine Entscheidung. Also ich verliere, so ganz bürokratisch gesehen mal mit der Abmeldung, verliere ich nicht meine deutsche Staatsbürgerschaft. Also mein Pass ist sozusagen sowas wie, du bist raus und du darfst jetzt nie wieder zurück oder ich dürfte nie wieder nach Deutschland. Das ist nicht der Fall. Ich darf weiterhin, also eigentlich hätte ich mich schon abmelden können die letzten fünf, sechs Jahre, weil ich nur noch vier Monate im Jahr in Deutschland war und dort Steuern bezahlt habe und weil ich die Wohnung dort hatte und all diese Sachen. Das ist einfach jetzt nur ein weiterer bürokratischer Schritt und das, wenn ich den Wunsch habe, nach Hamburg zu kommen oder in Deutschland zu sein und auch wirklich für drei, vier Monate, dann ist das möglich. Dann ist das, also rein aus bürokratischer Sicht ist das möglich. Ich habe bloß halt keine Zwei-Zimmer-Küche-Bad mehr in einem Spüttel, in die ich sozusagen wieder reingehe, sondern ich nehme mir dann eine Airbnb für Long Term, also irgendeine andere Unterkunft, ein Ort, an dem ich dann wohnen und bleiben möchte, wenn ich in Hamburg bin. Und es ist gerade so schön zu sehen, wo ich gerade merke, wow, ich meine, ich gerade so sehr strahle bei diesem Gedanken und sich das so, so gut anfühlt und ich so viel Liebe für Hamburg habe und für diese Menschen in dieser Stadt. Oh, jetzt werde ich hier. Puh. Jetzt kommen mir gerade die Tränen. Wenn ich darüber spreche. Und das auch, all das wahrzunehmen, diese Liebe für diese Stadt, für diese Menschen, für all diese Jahre, die ich dort hatte. Das ist, genau, es ist kein Abschied, es ist kein Lebwohl, es ist ein See you. See you. See you soon. Und, ähm, ja, so, das ist so die, ähm, das Thema zu der, ja, was mich gerade sehr, 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 sehr beschäftigt. Ähm, vielleicht nehme ich euch, also ich nehme euch definitiv weiter auf Instagram, vielleicht mache ich auch dazu irgendwie nochmal, ähm, weiter ein, äh, ja, dass ich euch mitnehme in diesem Prozess, weil vielleicht das auch für eine von euch ein Thema ist, sich irgendwann vielleicht einmal abzumelden. Und, ähm, ich nehme euch auf jeden Fall so weit wie möglich auf dieser Reise mit über Instagram, hier über den Podcast. Ähm, also stay tuned. Und, ähm, auch da herzlich eingeladen, wenn ihr dazu Fragen habt oder so, sammelt die. Und, ähm, an dieser Stelle auch gleich mal kurze News, Einladung für, ähm, jetzt diesen kommenden Samstag. Jetzt muss ich mal kurz gucken, welcher im Kalender, welches Datum das ist. Das ist 22. jetzt am 22. Mai, ähm, um 11 Uhr deutscher Zeit wird es ein Instagram Live geben. Ähm, aus Bali natürlich, wo ich bin. Und, ähm, das Live soll sich speziell um, ja, langfristigen Bali-Aufenthalt gehen. Also auf Bali leben und zu arbeiten. Und, äh, wer sollte das für dich interessant sein? Dann bist du herzlich eingeladen, mach dir eine Notiz, folge mir auf, also in deinem Kalender für diesen Samstag, folge mir auf Instagram, wenn du das nicht sowieso schon tust. Und, äh, sei am Samstag um 11 Uhr dabei bei der Live-Session und hab die Möglichkeit, mir deine, deine Fragen zu stellen. Und, äh, lass uns connecten, lass uns austauschen. Ja, und aufgrund dieser großen Veränderung, die hier gerade bei mir, äh, bei mir ansteht, habe ich auch, ja, viel drüber nachgedacht, über limitierende Glaubenssätze. Also, welche ich noch habe oder besonders, aber im Speziellen, welche ich selber früher hatte, was dieses Art von Leben angeht. Und, aber auch, dass, was andere, was andere Menschen für, für limitierende Glaubenssätze haben und die, ähm, die auf mich, ja, gespiegelt haben oder auf mich projiziert haben. Und die wollte ich ganz gerne mit dir teilen, weil das, ähm, ich das unheimlich interessant fand damals. Und das ist eine, 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 eine Geschichte, die mir eine, eine liebe Freundin, ähm, mich mal gefragt hat. Oder, es ist eine Geschichte, die passiert ist über mit einer Hamburg-Freundin. Und ich so lachen musste, als sie das mit mir geteilt hatte. Und das war das Bekannte, ähm, aus Hamburg, die ich jetzt nicht gut kannte, aber die sie kannte, die irgendwie in einem Zusammenhang gehört hatten, dass ich erneut wieder auf Bali bin. Ähm, daraufhin meine Freundin gefragt hat und sag mal, wie ist denn das möglich? Also, macht Biene hier in Hamburg, wenn sie hier ist, irgendwas mit Koks und Nutten? So hier auf der Reeperbahn und irgendwie, äh, dreht hier krumme Dinger? Äh, dass sie halt immer ein halbes Jahr auf Bali sein kann. Wie kann denn das möglich sein? Und ich war in dem Moment, ich war gleichzeitig, ich war, ich musste so lachen. Gästlich war ich schockiert und, äh, dachte so, what the fuck? So, krass, was Leute, ähm, oder, ja, dass Leute überhaupt, so nicht verstehen konnten, wie das möglich sein kann, auf, äh, ja, long term im Ausland zu leben. Oder also in einem Ort dann auch nochmal, wo andere Leute teuer Urlaub machen. Und, ähm, ich bin aber dann nicht ins Judgen gekommen, also ins Bewerten, sondern mich gefragt so, wow, wow, Biene, gib den, also, du hast selber früher gedacht, auf eine andere Art und Weise. Es war eher so, wie ist das möglich, wie ist das möglich? Also, du hast ja nicht, du hast all das gesehen, das, was du gerne hättest. Und du warst so limitiert in deiner Denkweise, in deinem Mindset, was möglich ist, was all das, wenn all die anderen Menschen das haben, dass sie dieses Leben leben, dann heißt das, du darfst und kannst das auch. Das hört nicht auf bei dir. Und, ähm, aber es war halt einfach so, ja, wie so hinterm Schleier, hinter so einem Schleier. Und ich habe nicht, ähm, also praktisch nicht begriffen, wie, 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 wie das möglich ist, also online Geld zu verdienen in dem Kontext bei mir. Und das andere auch vom Mindset so, dass, ähm, wenn ich auf Bali lebe, oder, äh, in Thailand oder irgendwo anders, dann, ähm, dann brauche ich ja, das kostet mich ja im, im Monat, äh, 4.000, 5.000 Euro, wenn ich dort bin. Und, äh, deshalb, da kommt diese, diese Frage von diesem Bekannten, damals, kommt ja genau aus diesem State. Und, ähm, dich da gerade mitzunehmen in diesem, in diesem Prozess, also auch was so Limited Beliefs angeht, oder auch dieses, die Routine, das Leben auf Bali, dieses Besondere, wenn du, ähm, an einem Ort bist, einem Urlaubsort, im Speziellen vielleicht, weil dann ist das nochmal, äh, fester verankert bei Menschen, weil sie sagen, das ist ja nicht möglich, oder das ist ja total teuer, dort, äh, zu leben, weil sie an diesem Ort bisher, wenn sie vielleicht dort mal waren oder so, den immer verknüpft haben im Kopf mit Urlaub, mit Ausgaben, mit teuren Ausgaben, mit, ähm, was sie vielleicht normalerweise im Urlaub ausgeben. Oder auch, ähm, der Zusammenhang mit, ähm, also, weil sie die praktischen Sachen nur kennen, Hotelkosten. Und, ähm, jedes, jeden zweiten, dritten Tag erstmal, genau, Movement, also Bewegung, immer ständig Moven von einer Unterkunft zu der nächsten. Und das dann mit Taxifahrer oder, klar, auch mal Public Transport. Also, hat immer das Movement von einem Ort zum anderen. Kurzfristige Mieten, also immer nur für ein, zwei, drei Tage maximal irgendwo. Man will ja entdecken, exploren und ständig weiter, weiter. Man hat ja nur zwei, drei Wochen. Man möchte dort ja, ne, das alles ausquitschen wie eine Zitrone. Und dann auch, dass man, ähm, ja, raus mit den Radatten, ne? Also, dieses Ding mit, ähm, jeden Tag die Massage und hier nochmal das. Und hier die, die nochmal den Tour Guide bieten. Und auf die Adventure Tour, hier Drafting, hier das. Und das ja dieser, ähm, häufig dieser Urlaub-Mindset ist so, oh Gott, ich muss jetzt alles, ähm, mein Akku aufladen und mir Gutes tun, jetzt innerhalb dieser zwei, drei Wochen. Und muss, ähm, alles, also dieser Pressure, auch dieser Druck auf diesen Urlaub, auf diese Tage, auf diese Zeit. Und ich kann das so gut verstehen, weil ich komme ja daher. Also, ich habe ja jahrelang in der Festanstellung gearbeitet und genau so gelebt. Und, ähm, meinen Energiehaushalt aufgehalten. Also, immer auf die Wochenenden oder auf die Urlaube hingearbeitet. Und so lebe ich nicht mehr. Und, ähm, also deswegen, ich kann das sehr gut nachvollziehen und bin da auch nicht böse, wenn Menschen, wie in dem Fall da die Bekannten, das gedacht haben und auch ausgesprochen haben. Sondern eher so, hey, ich finde es gut, dass du es aussprichst, weil so können wir, können wir in den Dialog gehen. So kann ich jetzt hier sitzen gerade. Und, ähm, wer weiß, ne? Einige Menschen damit inspirieren und sagen so, fuck, ich habe das auch gedacht. Und, ähm, ja, dir irgendwie dazu beitragen, dein Mindset da umzuschiften, was das angeht. Und, ähm, um da auf diese Bali, also um auf diesen Bali-Alltag, auf diese Routine jetzt speziell zu gehen, wo ist da dieser besondere Unterschied, wenn man, ähm, hier langfristig ist und mittel- oder langfristig. Und mittelfristig meine ich schon sechs, ja, vier, sechs Wochen. Und, und da auch aber nicht als Traveller, also nicht hier vier, sechs Wochen ist, um zu reisen, sondern auch ab vier bis sechs Wochen und dann halt oben aufwärts, also bis zwei, drei, vier, fünf, sechs Monate. Hier ist an einem Ort, ein Ort wählt, wo man sagt, hier wohne ich, ein Zimmer, eine Unterkunft und sagt, hier kreiere ich mir jetzt meinen Alltag. Dass das Welten sind, zwischen Orte zu erleben, zu entdecken, zu erfahren, Länder, als, nur als Traveller. Es ist ein himmelweiter Unterschied, ähm, weil du hier, genau, all diese Routinen und Alltag, die du vielleicht bei dir zu Hause hast, wie du gehst zu deinem Bäcker, die Frau, die dich immer dort grüßt, oder der, ähm, dein, äh, deine Lieblings-Lunch-Spots oder wie du dort, wie du dein Wochenende verbringst mit, ähm, Picknick an diesem Ort, spazierend hier oder wie auch immer das aussieht, das machst du ja im Urlaub nicht, all diese Alltagsroutinen-Sachen, warum auch? Du bist ja zwei, drei Wochen da und du willst nur das Geilste, nur das Beste und alles ausnutzen und ausquetschen, was nur geht für diese Zeit. Und wenn du hier mittel- und langfristig bist, dann funktioniert, also genau dein, es ist ja ein Riesenschift in deinem Kopf und manchmal dauert das auch eine Weile, also auch dieser Druck mit, oh Gott, ich muss jetzt hier exploren, also ich, ich kenne das sehr gut, ich hatte das eine ganze, ganze Weile bei meinem, äh, bei meiner ortsunabhängigen Arbeit, das war ein riesen Mindfuck, in den paradiesischen Orten zu sein und dann halt zu sagen, mich selber so, fuck, fuck, Bina, du bist noch nicht dort gewesen und bist da noch nicht raufgeklettert und hast das noch nicht gemacht, naja, aber weil ich gerade nicht will, habe ich mir dann selber gesagt, aber weil ich gerade mein Business voranbringen möchte, weil ich hier gerade ein Alltag kreiere, weil ich mich hier gerade wohlfühle an dem Ort, an dem ich bin, ich will gerade nicht entdecken und exploren oder dann halt höchstens mal am Wochenende für ein, zwei Trips, aber dann auch mehr nicht, dann möchte ich hier meine, ähm, mein Leben leben und das alles entdecken und all diese Magie und das Besondere an einer Routine zu kreieren, an einem, an dem neuen Zuhause, was ich gerade ausgewählt habe, auf Zeit oder halt, ja, für, für bewusst sogar für, für ein halbes Jahr oder, ähm, oder länger und das beinhaltet dann auch, okay, wie suche ich Unterkünfte? Also weil du natürlich, ähm, Long-Term-Unterkünfte, wenn du klassisch in diesem Hotel-Urlaubs-Modus bist, meine ich, ähm, das funktioniert natürlich nicht, außer, klar, du hast wirklich vor, im Monat in Bali 4.000, 5.000 Euro auszugeben, ähm, für dein Leben hier, sondern, okay, wo finde ich Langzeitunterkünfte oder was ist meine Routine, was tut mir gut mit, äh, Yoga-Orten oder Fitnessstudio, melde ich mich im Fitnessstudio an für ein paar Monate, äh, was kostet eigentlich ein Roller im Monat? Also wenn ich sage, nicht nur hier, ich brauche einen Roller für ein, zwei Tage und dann zahlst du hier auf Bali, also, ne, wie in vielen anderen Orten, also alles Long-Term, kriegst du andere Preise und, ähm, und richtig, richtig andere Preise, also ich rede wirklich von, von Rabatten von über 60%, die da laufen, zumindest beim Roller, ähm, dass das einfach, ja, ganz, ganz andere Arten sind, wo du Dinge, also, wie du, erst mal, wie du sie suchst im Kopf, im Mindset und dann auch, wo finde ich denn das alles, wie läuft denn der Hase hier, wenn ich nicht im Urlaub bin, dieses ganz andere Netzwerk, was hier kreiert, äh, was du halt brauchst oder dir halt suchen kannst und, ähm, dann auch, ja, das, ähm, dich zu vernetzen, nicht nur mit Urlaubern, weil du bist ja dann kein Urlauber mehr, weil das, ich kenne das selber sehr gut, für mich war, ich war irgendwann müde, Gespräche mit Urlaubern zu führen, also, Balis finde ich sowieso, also, ich bin grundsätzlich ein Mensch, der gerne connectet, aber es gab Momente, wo ich manchmal müde war, wenn mich Leute gefragt hatten, wenn ich irgendwo in einem Café saß und man ins Gespräch kam und dann ich geteilt habe, dass ich auf Bali lebe oder ortsunabhängig lebe und dann, ähm, weil du weißt halt, der ist, der ist halt gerade nur für, vielleicht auch nur für einen Tag gerade in Canggu oder die letzten paar Tage auf Bali, dann ist die Person wieder weg, so, ich merke so, wow, wie tief gehe ich da gerade in die Verbindung, in die Energie rein, weil ich weiß, die Person geht in ein, zwei Tagen wieder, ähm, also, ne, diese Bereitschaft von Investment, also habe ich gerade die Ressourcen, das dort reinzustecken oder nicht und, ähm, ja, weil du halt hier die, also, Freunde, Leute, die halt auch hier leben und arbeiten, dass du dir dieses Netzwerk halt aufbaust und, ähm, ein ganz anderer, also, es sieht einfach alles anders aus, dein ganzes Daily Life und, ähm, und worauf ich hinaus will, das ist so, also, ich, ich habe das sieben Jahre lang gemacht, mittlerweile mache ich das Ganze sieben Jahre lang, also, ich würde mich als Bali-Experten, ich bin eine Bali-Expertin, ja, ich würde mich nicht, ich würde mich nicht bezeichnen, ich bin eine Bali-Expertin und ich habe so viele Fehler gemacht, von bis hin, glaube ich, in den ersten paar Tagen war, oder, glaube ich, an meinem ersten Tag, ich habe für meine Tankfüllung, weil ich mit dem Geld unklar war, ähm, habe ich der Lady 100k gegeben, anstatt 10k für die, äh, für die Bottle auf Tank oder so, die ganzen Learnings, die man, also, die ich im Laufe der sieben Jahre gesammelt habe auf Bali, durch Unwissenheit und nicht gut genug vorbereitet sein und, ähm, nicht wissen, wie der Hase läuft, was, ähm, so Abzocke mit Rollerpreisen oder Unterkünfte und dieses mühselige Aufbauen der ganzen Jahre mit, okay, wo finde ich Unterkünfte, Long-Term, was sind gute Fahrer, was sind Preise und, ähm, wie kreiere ich hier mir ein gutes, ja, eine gute Base, Coworking Spaces, was sind gute Cafés, was ist da wichtig, all diese ganzen, ganzen kleinen, also gibt es tausend unter Sublines noch zu dem ganzen Thema, ähm, dass ich denke so, wow, Darbine, da hast du in den letzten sieben Jahren, ist es ein, ein Chunk an Wissen, dass es eine, die ich aus dem FF abrufen kann, weil es einfach, äh, ja, weil ich sie selber erlebt und erfahren habe und, ähm, und all dieses, also es ist ein Potpourri, es ist ein, eine Schatzkiste, es ist eine Schatzkiste, die ich dann in den letzten sieben Jahren sammeln und erfahren durfte und, ja, ich habe für sehr viel Zeit und Geld investiert und verloren, ähm, auf diesem Weg dahin, aber, hey, jetzt habe ich all dieses Wissen und wenn du Lust hast, meine Lieben, also wenn du ein Calling hast, mittel- oder langfristig auf Bali zu sein, dann bekommst du jetzt hier gerade eine mega geile Möglichkeit, denn am 30. Mai, 9 Uhr deutscher Zeit, wird es eine Bali Masterclass geben und in dieser Masterclass werde ich all mein Wissen, all meine Erfahrungen der letzten sieben Jahre Bali Experience mit dir teilen und dann rede ich davon, von auch schon Vorbereitungen in Deutschland, das heißt, Bürokratie, was ist da wichtig zu beachten, muss ich mich abmelden, ja, nein, Wohnung untervermieten, also ganz, ganz viel Bürokratie und auch so Mindset-Sachen, so, hey, wo bist du, wo limitierst du dich da noch, wo denkst du gerade, das ist kompliziert oder ähnliches, also ich nehme dich da komplett in diesen ganzen Vorbereitungsprozess, ganz viele Tools auch, so mit Post einscannen, alle Infos, meine Learnings mit, okay, welche Kreditkarten, wie viele, warum und wieso, was so Sicherheit angeht und dann auch ganz Preise, Preise, Preise und Kontakte und wie, ja, wie der Hase hier so auf Bali läuft, das heißt, ich gebe dir ein, ja, das ist nicht nur das Türchen öffnen und gebe dir einen Sneak Peek, sondern ich mache die Tore weit auf und teile alles, was ich weiß mit dir, um dir den Start auf Bali so einfach und leicht wie möglich zu machen und das Ganze wird, angedacht sind so fünf, sechs Stunden, weil es sind über neun Module, die ich, die ich da kreieren möchte mit dir und nach jedem Modul wirst du die Möglichkeit haben, deine Q&A, also in die Q&A zu gehen, also mir all deine Fragen zu jedem bestimmten Thema zu stellen und ich möchte mir die Zeit dafür nehmen, all deine Fragen zu beantworten und wenn du ein Calling hast, meine Liebe, du hörst das gerade und dein Herz hüpft und springt und denkst so, oh mein Gott, das ist genau das, was ich will, das ist das, was ich mir wünsche, egal ob du es, also wir reden auch über Visa und Einreisebestimmung und Covid-19, ja, ist weiterhin auf dieser Welt präsent, man kann aber nach Indonesien einreisen, also diese Ausrede, also nur schon zur Info, wenn das dein Bullshit-Bingo ist, was du dir gerade erzählst, it's possible. Aber genau, auch darüber erzähle ich alles in dieser Bali-Masterclass und noch so viel mehr und sollte gerade dein Herz tanzen und auch vielleicht Angst haben und gerade pochen und denke so, fuck, 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 darf ich mir das wirklich erlauben, würde ich das, oh Gott, kann ich das wirklich? Ich lade dich von Herzen ein, geh da rein in diese Veränderung, trau dich, step up für deine Wünsche, für deine Vision, wie du leben möchtest. Und wenn du dies jetzt gerade hörst und Bock hast, da mehr Infos dazu zu bekommen, dann bitte kontaktier mich entweder über Instagram, also schreib mir eine Nachricht dazu, dass du mehr Infos über die Masterclass haben möchtest oder wenn du nicht auf Instagram sein solltest, das kann ja auch gut sein bei einigen von euch, dann schreib mir bitte eine E-Mail an sabine.seeyousoon.de. Ich verlinke dir mein Instagram-Account wie die E-Mail-Adresse unten nochmal in den Shownotes, da schreibe ich dir alles mit rein und ja, melde dich bei mir und dann kannst du am 30. Mal mit dabei sein und kriegst alles auf ein, nicht nur Silber, sondern auf einem Gold-Tablett serviert, was ich in den letzten sieben Jahren gelernt habe. Und du dein Leben auf Bali starten kannst, wenn du möchtest. Ich denke, das war's für heute. I'm done. Mein Herz ist gerade ganz, ganz leicht, dass ich das alles gerade so ausgesprochen habe und einfach ohne großen Plan heute vor diesem Mikro saß und einfach fließen lassen habe. Und ich danke dir fürs Zuhören heute und meine Liebe, wie immer zum Ende, take off and shine und habe einen wundervollen Tag und ich sende dir ganz, ganz viel Liebe aus Bali. Und vielleicht sehen wir uns am Samstag beim Instagram Live oder am 30. Mai bei der Masterclass. Ich freue mich. Mach's gut, meine Liebe. Ich freue mich.